Wie in jedem Jahr stellen sich FIFA-Fans die Frage, wer ist der schnellste Spieler im Spiel? Wir stellen euch die drei schnellsten vor. Auf Platz 3, Alphonso Davies vom FC Bayern München. Wie im letzten Jahr kommt er auf eine 96er-Packs-Wertung. Der Linksverteidiger gehört also auch in diesem Jahr zu den schnellsten Spielern in FIFA. Ebenfalls 96-Packs bekommt Adama Traoré von den wohlwachenden Wanderers. Der Flügelspieler ist mit seinem Tempo eine gute Ergänzung für euer Ultimate-Team. Mit 4000 Coins ist er in dieser Liste auf jeden Fall ein Schnäppchen. Um einen Punkt verbessert hat sich Kieran Mbappé. Nach einer 96er-Pace-Wertung im letzten Jahr kommt der Franzose in FIFA 22 auf 97 Pace. Der Stürmer kommt insgesamt sogar auf eine 91er-Wertung.